Bitte nass! Hey, das war ein Salto. Ich glaube, ich sehe Romeo da drüben. Hey, du machst das nicht richtig. Ist alles in Ordnung? Ja, aber ich bin eingeklemmt. Leute, Ant, komm. Noch einmal, dann bist du wieder frei. Los jetzt, schnappen wir ihn und... Fliegen ist mein Ding. Warum landest du nicht? Weil Fliegen abgefahren ist. Und außerdem, wenn wir alle fliegen, können wir Romeo schneller fangen. Zeig uns doch ein paar Moves. Wie man bremst oder ein Looping macht. Na gut, versucht einfach mit mir mitzuhalten. Lack an der Gekko ist die schnell. Ja und wie. Los jetzt. PJ Masks, kommt raus, um zu spielen. Diese Eulenkräfte sind ziemlich gut. Aber wenn ich mir noch die Kräfte der anderen PJ Masks aneigne, kann mich niemand mehr aufhalten. Kommt her, ihr kleinen Vögelchen. Oh nein, das ist eine Falle. Stopp! Aber du hast uns nicht gezeigt, wie. Ah! Einmal Kappenschon. Super Katzen-Tempo. Super Gekko-Tarnung. Was? Jetzt, da ich all eure Kräfte kopiert habe, hält mich niemand mehr davon ab, die Weltherrschaft zu übernehmen. Romeo, das werden wir nicht zulassen. Zu spät. Mit euren Kräften in Kombination mit meiner Genialität bin ich nicht mehr zu stoppen. Bis dann, Pyjama-Plagegasse. Das ist alles meine Schuld. Wenn ich mich nicht so geärgert hätte, dass ihr nun auch meine Flugkräfte habt, dann hätten wir Romeo schon längst aufgehalten. Oh! Oh! Keine Sorge, ich fuße den Geruch mit meinem Super-Gecko-Musky-Mega-Luftstoß weg. Oh, ein ideales Ziel. Stinkerattacke! Oh! Ja! Ich weiß, für mich ist es noch schlimmer. Wir müssen nicht unbedingt mit dem Gecko-Mobil Wasserstrahl abduschen. Warum sagst du uns nicht, wo es ist? Du weißt doch noch, wo du es hingestellt hast, oder? Ja, doch, ich weiß, wo es ist. Es ist nur, es ist nur, es ist nur so, ich weiß, wie wir Romeo aufhalten können. Zeit, dass Romeo Angst haben muss, von Eiern erwischt zu werden. Und zwar von einem Riesendinosaurier-Ei. Das ist das größte Ei, das ich je gesehen habe. Meint, war Faulisierer, könnte es grausam stinken lassen. Gecko, halt! Das Ei darfst du doch nicht werfen. Das werde ich auch nicht. Aber er wird sich zurückziehen, weil er das glaubt. Das war's, Eidechsen-Bubi. Perfekt. Hä? Das stinkt! Oh! Oh-oh! Dieses Ei ist so alt, das stinkt bestimmt jetzt schon. Und wenn ich es faulisiert hab, wird es das stinkigste Stinkerei aller Zeiten. Das hält keiner aus und ich übernehme die Welt erst ab! Ja, kann der Gecko! Er wird das uralte Ei zerbrechen! Ich habe es nur aus Verzweiflung geholt. Und ich bin nur verzweifelt, weil... Weil ich euch nicht die Wahrheit sagen wollte. Höchste Zeit, in Hate zu sein! Ich finde das Gecko-Mobil nicht mehr und ich brauche eure Hilfe beim Suchen. Warum hast du das nicht früher gesagt? Weil ihr glaubt, dass ich ständig Sachen verliere. Gecko, es tut uns leid. Wir wissen doch, dass du nicht immer Sachen verlierst. Wir haben nur Spaß gemacht, weil du heute Morgen einige Dinge nicht gefunden hast. Jetzt wissen wir Bescheid und können das Gecko-Mobil suchen. Aber wie findet man ein unsichtbares Fahrzeug? Baby leicht! Super-Gecko-Tano! Ein schwebendes Ei bedeutet, dass es ein etwas Unsichtbarem klebt. Und wer hat das Gecko-Mobil mit Eiern beschmissen? Romeo! Du hast recht! Suchen wir schwebende Eier! Catboy! Was ist passiert? Das ist alles meine Schuld. Ich hätte wissen müssen, dass ich so klein nutzlos bin. Du bist doch nicht nutzlos. Du kannst immer noch helfen, den Schrumpfer zurückzuholen. Wie? Ich bin so winzig. Catboy? Ich kann dich nicht sehen. Bin ich etwa auf ihn draufgetreten? Seht ihr? Ich bin so klein, dass ich fast unsichtbar bin. Moment, das ist es. Statt mich darüber zu ärgern, so klein zu sein, können wir das nutzen. Dazu müssen wir nur alle zusammenarbeiten. Dich ist es Zeit, ein Held zu sein! Das Getanze ist schon okay. Aber ohne den winzigen Catboy ist das nicht so lustig. Hey! Vielleicht sollte ich euch einen Jalinos schrumpfen. Hör auf damit! Du weißt doch nicht mal, welche Knöpfe zu drücken sind. Und du kannst nicht mal mit dem Schrumpfschlauch zielen. Doch das kann ich! Nein! Kann ich doch! Eure Zeit ist um! Her mit dem Schrumpfschlauch! Ihr Fieslinge! Schrumpft dieses Federvieh mit dem spazten Hirn! Und schnappt euch die Eidechse-Ninjalinos! Hilfe! Bereitet euch aufs Schumpfen vor, Pyjama-Helden! Euren Augen! Was ist los mit dir? Irgendwas kitzelt mich! Ah! Ja! Wuhu! Ich bin da groß! Oh! Hey! Oh! Ah! 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 Oh! Oh! Nee, du machst meinen Raketenrucksack kaputt, du eiernde Eidechse. Oh nein, Gekko könnte sich schwer verletzen. Ich hätte ihm den Sprungdoser geben sollen. Kid Boy, hilf mir! Keine Sorge, Eulett, ich hol dich da raus. Wow, wow! Ah! Na endlich, Super-Eulen-Flügel! Ah! Ups! Ah! 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 Danke, Eulett, der Raketenrucksack ist echt schwer zu... Wow! Ha! Endlich habe ich meinen Raketenrucksack. Nun kann ich die Weltherrschaft übernehmen. Okay, soll ich mit dem Himmelverschleimer anfangen? Oder dem Machotronic? Oh, stimmt, ich wollte den Schnivopaff nehmen. Ich bin überwältigend! Was sollen wir denn jetzt tun? Ich habe eine Idee. Im Ernst, Kid Boy, du willst es nochmal mit dem Sprungdoser versuchen? Nein, ich weiß, ich kann damit nicht so gut hüpfen wie Gekko. Also höchste Zeit, ein Held zu sein und ihn an die Reihe zu lassen. Cooles Chameleon! Spring rauf, Kid Boy, gemeinsam sind wir stärker. Dann los! Und jetzt suche ich den perfekten Kamin, um alles voll zu stinken! Hey, Romeo! Eine Katze und eine Eidechse auf meinem Sprungdoser. Das kann ja heiter werden. Ach ja? Schau dir Gekko an! Wow, was? Auf einmal habt ihr es drauf? Das ist meiner! Es funktioniert! Wo seid ihr? Jetzt bin ich dran! Geht ihn zurück! Tja, also dann? Dann hol ihn dir zurück! Gib auf, Roboter! Entweder du bringst diese Spielplatzgeräte zurück, oder du bekommst meinen Meisterfeng-Böchen-Kick zu spüren! Und meinen Kick-Maggie-Schmerztornado! Negativ! Du hast es so gewollt! Geht's euch gut? Alles klar! Meisterfeng und Kick-Maggie sind super stark! Normalerweise krachen sie nicht aneinander! Können wir jetzt bitte zusammenarbeiten und den Roboter stoppen? Ich kann Funkelblitz sein! Tut mir leid, sie passt nicht zum Meisterfeng! Du kannst Sloppy sein, sein Hundefreund! Bell, wenn Gefahr droht! Wuff! Wuff! Aber ich will nicht bellen wie ein Hund! Hä? Hey, Pyjama-Pappnasen! Ich zeig euch, wie das geht! Jetzt ist Schluss mit lustig! Du hast auf mich zu hören! Der Roboter ist abgelenkt! Das ist unsere Chance! Du hast recht! Bereit, Kick-Maggie? Na, Logo! Mit meiner Supergeschwindigkeit mache ich einen superschnellen Kranich-Kick! Und ich setze meine Superkraft für einen Kick-Magie-Power-Schlag ein! Und was ist mit mir? Tut mir leid! Sloppy hat keine speziellen Fähigkeiten! Okay, gehen wir! Wie schon gesagt, ich will nicht Sloppy sein! Aber dafür Funkelblitz! Du hast auf mich zu hören! Negativ! Ach, komm schon! Hey, Roboter! Letzte Chance! Gib uns die Spielplatzgeräte zurück! Ihr werdet mir niemals meine neue beste Roboter-Freundin wegnehmen! Ah! Du sitzt in der Falle! Kick-Maggie und Meisterfeng kriegen ihren Mann immer! Sogar einen Roboter! Und ich bin auch noch da! Hier ist Funkelblitz! Mit ihrem neuen, verbesserten, fliegenden Funkelblitz-Kick! Eulett, pass auf! Hallo, ich bin Roboter! Oh nein, meine kleine Roboter! Entschuldige! Roboter, geht's dir gut? Es ging mir noch nie besser, denn ich habe soeben beschlossen, die Weltherrschaft zu übernehmen! Hä? Was? Die Weltherrschaft zu übernehmen ist mein Ding! Jetzt nicht mehr! Hey, lass mich runter! Und jetzt verrät mir mein Supergeckos Spürsinn das Nachtninja da lang ist! Komm mit! Ha! Diese eingebildete Eidechse glaubt wirklich, dieses Spiel gewinnen zu können! Na, der wird gleich eines Besseren belehrt! Hi-ja! Mein Supergeckos Spürsinn lag nicht falsch! Ich bin sicher erst da lang! Hä? Jetzt stecken wir fest! Wir kommen erst weg, wenn wir das Geckomobil entkleben! Das dauert ja eine Ewigkeit! Folge mir! Mein Supergeckos Spürsinn verrät mir, dass sich Nachtninja von hinten an unser Hauptquartier anschleicht! Von der anderen Seite des Sees? Aber du hast dich schon zweimal geirrt! Noch einen Fehler können wir nicht riskieren! Dann gehe ich eben allein und beweise dir, dass ich recht habe! Warte! Wir müssen Eulette helfen, sonst schnappt sich Nachtninja unsere Flagge! Eulette! Gecko ist allein weggerannt! Und wenn ihn Nachtninja erwischt? Wir müssen ihn finden! Aber dann bewacht niemand das Hauptquartier! Ich werde den beiden zeigen, dass ich doch ein Supergeckos Spürsinn habe! Schlitternde Schlange! Ich klebe fest! Oh nein! Aber hey! Klebeklatscher! Das heißt, mein Supergeckos Spürsinn funktioniert! Es gibt ihn! Es gibt ihn wirklich! Oh bitte! Du hattest keine Ahnung, wo ich war! Ich wusste, wo du hin willst! Ich habe mich die ganze Zeit geirrt! Du bist also nur hierher gekommen, um mir eine Falle zu stellen? Ja! Und wenn deine Freunde das Hauptquartier verlassen, um dich zu retten, klaue ich eure Flagge! Da ist er! Er braucht unsere Hilfe! Haltet durch, Gecko! Tut mir leid, dass ihr mir helfen musstet! Jetzt bewacht niemand das Hauptquartier! Nachtninja wird gewinnen! Ich habe gar keinen Supergeckos Spürsinn! Du hast doch schon super coole Kräfte! Wie Supertarnung und Super-Eidechsengriff! Und die sind genauso beeindruckend wie du! Ihr habt recht! Danke, Leute! Bring in das, Reptil! Das ist der Mega-Miau-Alarm! Er hat unsere Flagge aber noch nicht gewonnen! Komm schon, wir schaffen das! Das glaube ich kaum! Nichts kann mein mondbetriebenes Hauptquartier stoppen! Mit meinen Mondkristallen da drin gehört alles bald! Mehr! Oh, seid ihr beiden jetzt doch Freunde? Ja! Und Birdie und ich werden dich aufhalten! Eulett! Wir kümmern uns um das Tor! Flieg du ins Hauptquartier und schalt den Strahl ab! Ha! Die Türen sind magnetisch verriegelt! Da kommst du niemals rein! Wir müssen einen Weg ins Hauptquartier finden! Du hast einen Plan? Okay, Birdie! Ich glaub an dich! Hä? Was wirst du jetzt tun, Federvieh? Au! Oh, du nerviger Vogel! Komm her! Gut gemacht, Birdie! Ich helfe jetzt Catboy und Gecko! Kannst du den Mondstrahl ausschalten? Sie bewegt sich! Mich besiegt ihr nicht, ihr lächerlichen Pyjama-Helden! Hä? Hey! Was ist mit meiner Mondkraft passiert? Das war mein Haustier, Birdie! Ah! Dieser alberne Vogel ist genauso gemein wie ihr! Aber nächstes Mal krieg ich euch! Merkt euch das! Birdie und ich werden auf dich warten! Genauso wie Gecko und ich! PJ Masks ruft laut Hurra! Vorbei ist jetzt mit der Gefahr! Lionel, sitz! Und bleib! Und hol's dir! Das ist erstaunlich, Greg! Hey, schaut! Da ist Birdie! Hallo, Birdie! Mal sehen, was er so kann! Na? Nun, dann muss ich sie eben etwas härter rannehmen! Nein! Catboy, ich wusste, dass das passieren wird! Hör auf, mich zu steuern, Romeo! Ich mag es nicht, wenn sich meine Arbeiter beschweren! Also stelle ich dich auf Stumpen! Oh nein! Viel besser! Und jetzt an die Arbeit! Im Schnellvorlauf! Und jetzt die Schüssel! Gut gemacht, Eidechsenfuß! Und jetzt, Mieze Katze, bring mir meine phänomenale Romeo-Fernbedienung! Bei meinen Katzenschnurraren! Danke, Kitzelkätzchen! So mag ich dich eindeutig viel lieber! Spring, Pyjama-Helden! Naja, ganz witzig, aber ihr sollt doch alle springen und nicht hüpfen! Ich muss noch ein paar letzte Änderungen vornehmen! Eulett, spring aufs Dach und in die Luke, um dir die Fernbedienung zu schnappen! Und du, Gekko, du hüpfst zum Turm hoch und zerstörst die Schüssel! Warum hört ihr nicht auf mich? Bloß weil du der Teamleiter bist, heißt das nicht, dass deine Ideen die besten sind! Wir mussten alles dauernd so machen, wie du es wolltest! Aber, aber, ah, könnte ich nur aufhören zu springen, ferngesteuert zu werden, ist schrecklich! Oh Mann, ich hab euch rumkommandiert und alle eure Ideen ignoriert! Jetzt steuert Romeo bald jeden! Ist schon gut, wir überlegen uns was! Ja, ein guter Teamleiter zu sein bedeutet, dass man auf die Ideen der anderen hört! Höchste Zeit, ein Held zu sein und auf euch zu hören! Naja, wenn du weiter von Romeo ferngesteuert wirst, kannst du ihn ablenken und wir kümmern uns um den Turm. und die Schüssel! Befolgen wir euren Plan! Fertig! Und jetzt springt alles! Okay, genug gespielt! Ich muss jetzt zum Rathausplatz, von dort aus wird mein Signal alle erreichen! Und wenn ihr mir folgt, drücke ich wieder auf meine Fernbedienung! Was? Oulette, Gecko, haut ab von Romeo! Abgelehnt! Wir befolgen nur noch Anweisungen von Romeo! Das ist irgendwie seltsam hier! Hellball! Hier gibt's nichts zu sehen! Oh, wirklich? Dann werfen wir etwas Licht auf dieses Rätsel! Hellballattacke! Was? Wow! Greg, Amaya! Sie haben uns geschnappt, als wir draußen gespielt haben! Es war babyleicht ohne ihre Superkräfte! Aber wenn ihr in den Käfigen seid, wer sind dann die da? Halt dich von ihnen fern, Catboy! Moment! Der Hauptrechner sagte was von Robotern! Das sind gar nicht Gecko und Oulette! Ah! Nein! Aber du hast gedacht, sie sind's! Obwohl's meine unglaublichen Roboter-Kopien sind's! Du wärst jetzt auch eine, wenn ich meine Platine nicht verloren hätte! Ach, eine Platine? Meinst du die? Meine Platine! Sei dir nicht zu sicher, Mieze-Kätzchen! Bald sorgen meine Robos dafür, dass du auch in einen Käfig gesperrt wirst! Dann regiere ich die Welt und ihr könnt mich nie mehr aufhalten! Ha 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 ha! Catboy, befreie uns! Dann können wir dir helfen! Nicht ohne eure Kräfte! Keine Sorge! Ich hole eure Pyjamas! Suchst du die hier, Katzenklo-Bubi? Ich... Oh... Ja! Eure Pyjamas gehören mir! Und du jetzt auch! Wow! Diese Roboter haben die gleichen Kräfte wie Oulette und Gecko? Oh nein! Viel bessere! Sieh dir das an! Wow! Extra-Kräfte? Das ist unfair! Ich hab dich gewarnt! Es hat Jahre gedauert, um den Computer für die Superkräfte zu bauen! Aber jetzt sind meine Roboter unaufhaltbar und ich auch! Wow! Wow! Mein Schwanz ist eingefroren! Ha! Eine kurzzeitige Wirkung! Gerade lang genug, um dich in ein Käfig zu sperren! Du bist dran, Robo-Gecko! Wow! Robos! Schnappt ihn und bringt mir die Platine zurück! Hä? Ich spür meinen Schwanz wieder! Autopilot! Ah! Das macht richtig Spaß! Hinterher! Keine Zeit für Spielchen! Ja! Wie? Du nimmst deinen neuen Roller? Ja! Er kann nützlich sein! Das ist ein ganz normaler Roller! Wofür ist dieser Knopf gut? Keine Ahnung! Wow! Das ist ein Flugroller! Genial! Wuhu! Vorsicht! Zum Fliegen braucht man viel Übung! Wirklich? Mir kommt's ziemlich einfach vor! Wow! Wow! Seht ihr? Ist ganz einfach! Ich bin richtig gut darin! Ups! Okay, aber sei bloß vorsichtig! Zum Eulengleiter! Logo! Ihr nehmt den Eulengleiter! Aber folgt mir! Vielleicht lernt ihr noch was von meinen großartigen Flugkünsten! Ja! Juhu! Juhu! Wow! Wow! Jetzt zeige ich dir mal echte Flugkünste! Wow! Wow! Ja! Aber, ähm... Sollten wir nicht den Heißluftballon suchen? Bei meinen Katzenschnurrhaaren! Worauf zeigt er? Euleneurgen! Da! Luna Girl! Wow! Wow! Ringelndes Reptil! In Zukunft gehe ich lieber zu Fuß! Habt ihr gesehen, wie gut ich hergeflogen bin? Schau gut zu, Eulett! Dann lernst du vielleicht ein paar meiner Tricks! Tricks? Du bist doch fast abgestürzt! Ja, ich bin der Hammer auf diesem heißen Teil, oder? Meine Flüge werden uns eine große Hilfe sein! Deine Flüge? Vergisst du da nicht noch jemanden, der fliegen kann? Kommt schon, Leute! Hilft doch beide dem Team mit euren Flugkünsten! Schönes Bild, Morten! Keine Ballonfahrt mehr für diese doofen Tag-Kinder! Jetzt gehört der Mondballon ganz allein mir! Ihr behaltet weiter alles im Auge! Ich fliege im Sturzflug rein und schnapp mir den Heißluftballon! Das erfordert schwierige Flugmanöver! Keine Sorge, Eulett! Überlass das ruhig mir! Sondern auch ein Tänzer! Ich warte, das könnt ihr nicht! Ach, könntest du nur bei unserem Konzert mitmachen! Oh, das Konzert! Nein! Nein! Oh, jetzt hast du meine Super-Geckos-Hahnung komplett auffliegen lassen! Was? Äh, ist schon gut! Gecko ist auch ein Fan! Oh, ja! Eine Disco-Echse! Genau das, was ein Popstar für seine Show braucht! Das unterstützt mich beim Singen! Popstar, Popstar, Popstar! Hey, wo sind denn alle hin? Kommt mit, Ninja Linus! Wir versuchen's in einem anderen Raum! So ist es viel besser! Tut mir leid, ich hab sonst nie Angst! Aber ich hab mir vorhin vorgestellt, wie ich morgen vor all den Leuten stehe! Mach dir keine Sorgen! Aber was jetzt? Wir müssen das Konzert wohl abblasen! Wartet! Ich hab noch eine Idee! Das ist genau das Richtige für mich! Die Show kann beginnen! Okay, ich binde die Instrumente an das eine Seilende und Eulette fliegt mit dem anderen Ende zu dir an die Decke hoch! Cooles Chamäleon! Dann kann ich sie mit meinem Super-Eidechsengriff nach oben ziehen! Star! Ich bin der beste Popstar! Ich kann es nicht fassen, dass er sich für einen Popstar hält! Wir spielen morgen auf der Bühne ein viel schöneres Konzert! Wir? Auf der Bühne? Hast du alle Instrumente herangebunden? Äh, ich glaube schon! Wann soll Gecko sie hochziehen? Oh-oh! Ruhe! Hört auf, Unsinn zu treiben! Und macht euch bereit auf mein fulminantes Finale! Wow! Es tut mir echt so leid! Ich hab wieder an morgen gedacht und muss das Seil falsch verknotet haben! Ja! Ich wäre eine viel bessere Anführerin! Wir würden spielen, Unsinn machen und hätten richtig viel Spaß! Lächerlich! Ja? Was? Sie haben wohl das Team gewechselt! Cool! Oh, ihr ungezogenen Ninja Linus! Ich hol mir bald meinen Streitwagen zurück! Und dann gibt's großen Ärger! Riesigen Ärger! Die sind so niedlich! Das macht Spaß! Großartig! Aber bevor wir Spaß haben, sollten wir den hier lieber in Sicherheit bringen! Echt schwer! Ich mach das mit meinen Supergecko-Muskeln! Wartet! Es macht doch mehr Spaß, wenn meine Ninja Linus das übernehmen! Wie könnte ich sie nennen? Eule Teenies! Was haltet ihr davon, Eule Teenies? Wollt ihr mich durch die Gegend ziehen? Macht nur, Eule Teenies! Zieht! Anführerin zu sein ist lustig! Das mag ja Spaß machen, aber so erledigen wir unsere Aufgabe nie! Vorher will ich es noch genießen, Anführerin zu sein! Vorwärts, meine Eule Teenies! Eulett! Nachtninja könnte jede Sekunde zurück sein! Na gut! Eule Teenies, ins Museum! Eulettinies, bleibt stehen! Ich befehle euch, stehen zu bleiben! Oh! Oh, tut mir leid! Ich wollte nicht streng sein! Komm jetzt! Nachtninja wird jeden Moment hier sein! Wir sollten ihn an einem sicheren Ort verstecken! Hinter diesen Kisten! Wartet! Ich probiere noch was Lustiges aus! Eule Teenies, marschiert! So! Und jetzt salutiert eure Anführerin! Das war nicht richtig! Nochmal! Eule Teenies, ich bin eure Anführerin! Ihr müsst anständig salutieren! Eins, zwei, drei, los! Nein, wartet! Ich hab nicht gesagt, lauft weg! Jetzt können wir wenigstens den Streitwagen in Sicherheit bringen, bevor Nachtninja aufkreuzen! Lauf! Ah! Ups! Nicht schnell genug, Kekko! Mua! Ich muss lernen, mich nicht zu ablenken zu lassen! Bis dann, PJ Masks! Ich bin unterwegs im Stadtzentrum! Glaubt mir, das wird der Kracher! Alles in Ordnung mit dir? Mir geht's gut! Ich bin nur super langsam! Das ist alles meine Schuld! Wenn ich mich nicht so leicht hätte ablenken lassen, hätten wir Romeo schon längst gefangen! Macht lieber ohne mich weiter! Niemals, Gekko! Wir sind ein Team! Du hast recht, Catboy! Ich bin langsam, aber wenn ich mich konzentriere, kann ich mithelfen! Dann mal los! Höchste Zeit, ein Held zu sein! Ja! Äh, Leute! Jemand von euch muss mich tragen, bitte! Eulett, du lenkst Romeo ab und ich kümmere mich mit meiner Super-Gekko-Stärke um diese Uhr! Catboy, wenn es Eulett erwischt, dann liegt es an dir, Romeo abzulenken! Na gut, aber du bewegst dich immer noch in Zeitlupe! Wie willst du da die Uhr erreichen? Keine Sorge, diesmal lasse ich mich durch nichts ablenken! Du schon wieder? Zeit, dich ein bisschen langsamer zu machen, Piep-Matz! Das werden wir noch sehen, Romeo! Ja! Keine Ablenkungen diesmal! Ihr habt mich fast erwischt, Meister! Hör auf zu jammern und hilf mir, sie einzufangen! Nur ein bisschen schneller! Mich kriegst du nicht, Roboter! Flatterne Federn! Er hat sie erwischt! Sie kommen näher! Oh nein, kommt zurück! Der kaputte Eulengleiter muss wohl im Hauptquartier sein. Während diesem Pyjama-Federvieh schwindelig wird, reißen wir das Hauptquartier ein und zerschmettern den Eulengleiter. Für immer! Catboy, nach links! Oh nein, ich meinte nach rechts! Dreh um! Eulenflügel-Wind! Gecko! Und jetzt retten wir Catboy! Eulett, du bist fantastisch geflogen! Danke! Das war unglaublich, Eulett! Aber jetzt müssen wir Nacht-Ninja aufhalten! Und du bist die Einzige, die wirklich fliegen kann! Du hast es gerade bewiesen! Ihr habt recht, er kann zwar ganz gut fliegen, aber jetzt werde ich ihm zeigen, worum es beim Fliegen wirklich geht! Höchste Zeit, ein Held zu sein! Ja! Denk schnell nach, Eulett! Sie hängen am Hauptquartier fest! Und das bedeutet... Zieht, zieht, zieht! Ja! Catboy, auf mein Kommando! Nase hoch und Vollgas voraus! Fertig! Zieht! Na endlich! Seid ihr gekommen, um euren kleinen Turm einstürzen zu sehen? Nicht, solange ich fliegen kann! Catboy, behalte Nerven und Flügel unter Kontrolle und folge mir! Wenn ich sage runter, drückst du den Hebel fest nach vorn! Runter! Schnappt sie euch! Und jetzt hoch und quer! Spiral! Kommt nach rechts! Hä? Fangt sie, Ninjalinos! Ein Riesensprung für den supergroßen Gekosarus! Yeah! Diese Parade wird mir gehören, Motten! Wir klauen diese Festwagen und machen mich zur Paradenkönigin! Und jetzt bejubelt meine Mondschönheit! Ja! Flatternde Federn! Was ist da los? Ich bringe euch super schnell zum Paradenplatz! Was? Netter Auftritt, ihr Weltverbesserer! Ach, was ist das? Der Riesengecko, der dich dran hindert, die Festwagen zu klauen! Vor allem den mit der Echse! Das ist mein Liebster! Niemals! Sobald ich sie alle habe, fährt meine Luna-Parade die Hauptstraße runter und weckt alle auf! Schnappt ihn als Motten! Es ist schwer, gutes Personal zu bekommen! Komm her, Mondbord! Motten, holt die anderen Festwagen und folgt mir! Macht schon! Hebt sie hoch! Strengt eure Fühler mehr an! Wir dürfen nicht zulassen, dass sie alle aufheckt und gesehen wird! Aber keine Sorge, ich habe einen Plan! Warte! Ich auch! Und meiner ist groß! Gecko, was machst du da? Ich vergrößere diese Kiste! Wenn ich sie nur ein bisschen größer mache, passen Luna-Girl und die Mocken perfekt da rein! Oh nein! Oh ja! Schnell, Gecko! Schrumpf sie! Keine Sorge, ich kümmere mich drum! Aber vorher muss ich nur noch diese Kiste größer machen! Vorsicht! Der große PJ Masks hat gerade einen riesigen Fehler gemacht! Ich kann nicht! Es sind zu viele Roboter! Aber wenn es vielleicht noch ein paar extra PJ Masks gäbe? Ja! Ja! Ringelndes Reptil! Jetzt sind das vier? Kommt schon, Catboys! Ich habe einen Plan und ihr seid Teil davon! Wir werden diese Roboter rollen! Wihihi! Wuhuuu! Nein! Ja! Das war's, Roboter! Nicht so schnell! Wie es scheint, haben deine Kopien ganz eigene Pläne! Was macht ihr da? Ihr müsst ihn wegrollen lassen! Ich habe eine bessere Idee! Ich drehe den hier, bis ihm ganz schwindelig wird! Ich jag den hier durch die Stadt, bis er sich total verlaufen hat! Und ich laufe mit meinem, soweit ich kann! Das ist ein super Training! Tschüss! Wow! Vorsicht! Ah! Oh! Haha! Roboter! Werft diese PJ Masks in die Luft! Wir müssen diese Maschine zurückholen! Können wir jetzt bitte unseren Plan durchführen? Gib mir noch einen Versuch! Ich habe noch eine Idee! Und mit diesen Catboys? Das kann nichts schief gehen! Mit den Baumstämmen werden wir Romeo einpferchen! Und wie kriegen wir die Maschine zurück? Hä? Das erkläre ich später! Schnell! Nein! Ihr Pyjama-Plage-Geister! Die Roboter! Bauen wir stattdessen eine Roboter-Falle und aktivieren sie, wenn sie zurückkommen! Ich baue ein Roboter-Katapult! Ich laufe super schnell auf einem Baumstamm und bringe die Roboter zum Stolpern! Wartet! Stopp! Wir brauchen diese Baumstämme! Ich brauche sie! Stopp! Haltet euch an den Plan! Bitte! Ziehen wir meinen Plan durch! Mein Plan! Ich komme! Gleich hebe ich hoch in die Luft ab! Gecko, was machst du da? Äh! 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 Versuchst wohl zu fliegen, hä? Komm! Lass dir von einem Genie helfen! Hä? Oh! Ha! Nicht ganz! Du hast nur meine Flügel erwischt! Wow! Ich kann wirklich fliegen! Oh! Aber nicht in die Richtung, in die ich will! Äh! Äh! Hilfe! Los, Eulett! Halte durch, Gecko! Ich komme! Puh! Danke, Eulett! Kein Problem! Aber Fliegen ist nicht die einzige Lösung! Warum benutzt du nicht deine Tarnung? Meine Tarnung? Wirklich? Es gibt viele Möglichkeiten, ein Problem zu... Wow! Was ist hier bitte los? Ich hab dich erwischt, Schwarzenherrn! Das ist los! Endlich schaff ich's da runter! Ich komm nicht an dich ran! Versuch zu fliegen, um die Antischwerkraft zu überwinden! Oh, ich bin zu leicht! Ich kann's nicht kontrollieren! Ein PJ Masks ist am Boden! Oder vielmehr oben! Fehlen noch zwei! Mua! Jetzt müssen wir Romeo besiegen und Eulett retten! Ich kümmere mich um ihn, du rettest sie! Super Katzensprung! Aber ich hab nicht die richtigen Kräfte! Denk nach, Gecko! Fliegen wie Eulett klappt nicht! Vielleicht kann ich springen! Genauso wie Catboy! Nicht mit Eidechsenbeinen! Ich kann nicht für eine Katze springen! Aber der Katzenflitzer kann es! Ich katzerpultiere mich rauf, öffne das Dach und greif sie mir! Cooles Chamäleon! Und los geht's! Katzerpult! Greif meine Hand, Eulett! Du kannst wegrennen, aber mich nicht verstecken, du kleiner, peinlicher Biesel! Was? Wie bist du? Egal, weil dich Gecko jetzt nach unten zieht, komm ich an dich ran! Super Katzensprung! Hab dich! Du bist die nächste Eulett! Nein, Mietekätzchen! Du bist der nächste! Hoi, Catboy! Ich komme! Warte, ich komme! Hä? Was? Wo ist der? Schauen wir mal nach dem Eulengleiter! Oh nein, der Eulengleiter ist auch weg! Und auf das Gecko-Mobil! Okay, wie sollen wir Helden sein ohne unsere Fahrzeuge? Äh, wir nehmen unsere Fahrräder! Fahrräder? Es ist dein Versuch wert, du fährst doch gut! Mein Fahrrad ist tagsüber gut, aber Helden bekämpfen Verbrechen mit Superfahrzeugen! Lasst es uns versuchen! Zumindest bis wir wissen, wer unsere Fahrzeuge hat! Los jetzt! Ich glaube kaum, dass wir Helden auf Fahrrädern sein können! Komm schon, Catboy! Das macht total Spaß! Juhu! Ja! Schau's! Ich kann den super eidigsten Griff auf dem Fahrrad! Und muss nicht befürchten, runterzufallen! Versuch mal mit deinem zu fliegen, Eulet! Okay, los geht's! Ja! Wow, das war meine graziöseste Landung bisher! Hey, Catboy! Probier doch auch deine Superkräfte auf deinem Fahrrad aus! Das ist großartig! Kann schon sein, aber es ist nicht so cool wie mein Katzenflitzer! Kommt schon, fahren wir zum Park! Wow! Wow! Schaut euch diese seltsame Autowand an! Und von da hinten kommt ein komisches Geräusch! Okay, sehen wir mal nach! Mein Katzenflitzer! Was hast du schon wieder vor, Romeo? Wie hast du unsere Superfahrzeuge hierher geschafft? Ganz einfach! Ich hab meinen mega tollen Elektromagneten benutzt, um mir ein paar Tagautos zu klauen! Dabei wurden eure Fahrzeuge gleich mit angezogen! Du darfst unsere Fahrzeuge nicht einfach klauen! Oh, klebt ihr deswegen auf euren albernen Fahrrädchen? Was? Was? Ich? Oh! Wo? Hör zu, Romeo! Du darfst Autos nicht einfach stehen und auf gar keinen Fall unsere Superfahrzeuge behalten! Wofür brauchst du die drei überhaupt? Ich brauch sie nicht! Ich probiere sie alle aus und behalte das Beste! Die anderen kriegt ihr wieder! Nachdem ich sie mit meinen Magneten platt gemacht habe! Was? Perfekt! Alte, Mensch, du feinigst! Ich bin mit los! Ich gucke nur von unten, ob's Gecko gut geht! Also Leute, was ist hier los? Keine Ahnung! Ich kann mich nicht mal in der Stange festhalten! Natürlich kannst du das nicht! Dank mir hast du jetzt Flutschfinger! Dann macht also der Strahl tollpatschig! Das ist nicht nirgends ein Strahl, sondern der genialste Tollpatschig-Strahl aller Zeiten! Oh nein, er hat Gecko verstrahlt! Ja, weil du nicht zugeben willst, dass er dich auch erwischt hat! Er ist wegen deinem tollpatschigen Fahrstil aus dem Katzenflitzer gestiegen! Was? Ich und verstrahlt? Niemals! Seht euch meine geschmeidigen Katzenbewegungen an, während ich den Strahl ausschalte! Super Katzentempo! Nein, Catboy, warte! Vielleicht wurde er doch nicht verstrahlt! Super Katzen! Wow! Wow! Wir müssen sie vor dem Strahl schützen! Sie ist die Einzige, die noch nicht getroffen wurde! Und ich natürlich, aber wir gehen es an! Ich lenke den Strahl um mit diesem Schild! Äh, Flutschfinger! Ich helfe dir! Für mich ist das leicht, weil ich ja nicht tollpatschig bin! Oh! Oh! Geht's allen gut? Ja! Was? Nein! Jetzt bist du auch tollpatschig, Spatzner! Mein Strahl hat dir den Dreildreher verpasst, so kannst du nie wieder auf einer geraden Linie gehen! Oh! Kann ich mal geradeaus fliegen? Oder anhalten? Oh! Das ist eine Katastrophe! Ihr zwei seid echt tollpatschig! Wie kriegen wir euch nur entstrahlt? Warum gibst du nicht einfach zu, dass du auch tollpatschig bist? Weil ich es nicht bin! Ich bin geschmeidig wie eine Katze! Wow! Haha! Jetzt habe ich euch alle tollpatschig gemacht! Das Spatzenhirn, die eiernde Eidechse und als allererstes das Kätzchen! Ist dir etwas schwindelig? Das wäre so, meine gefiederte Freundin, wenn ich dich im Auge behalten würde! Aber ich habe interessantere Dinge zu beobachten, wie meine herausragende Maschine! Sie ist fertig! Oh nein, Eulett! Der Laborschlitten ist wieder ganz! Nur noch einer fehlt jetzt! Komm zu deinem Meister-Super-Zug! Sieht aus, als würdest du jetzt rotieren! Hahaha! Super Katzen-Tempo! Hab dich! Super-Gecko-Muskeln! Wir müssen den Move jetzt machen! Romeo hat seine Maschinen fast fertig! Wir erklären ihn dir nochmal! Ich habe ihn schon verstanden! Ich will ihn bloß nicht machen! Wieso nicht? Wieso machst du nicht mit, wenn du weißt, wie er geht? Vielleicht weiß sie nicht, was sie tun soll! Ist es das? Du fühlst dich schlecht, weil du ihn neulich vermasselt hast und jetzt glaubst du, es geht wieder schief! Mir wird es genauso gehen! Aber mach dir keine Sorgen, weil wir... Keine Panik! Ich kriege den Trick hin! Ist einfach! Aber wozu den Trick, wenn ich das hier tun kann? Eulenflügel-Wind! Hey, Romeo! Eulenflügel-Wind! Wie wäre es, wenn ich meinen eigenen Wirbelwind erschaffe? Mein Super-Zug ist endlich fertig! Genau dafür! Was ist los, Spatzenhirn? Rotierst du etwa schon wieder? Flatternde Federn! Ich kann nicht anhalten! Ich stütze auf! Super-Katzen-Hüppler! Super-Jeko muss gehen! Das war knapp! Und was ist mit Romeo und seinen Maschinen? Sie sind jetzt alle fertig! Ja, sie laufen alle zu 100 Prozent! Und mit meiner Fernbedienung kann ich sie alle steuern! Mein Laborschlitten erzeugt Eis, mein Roboter Stinkegas und wenn ihr versucht, ihn aufzuhalten, fährt er euch auf Zeitlupe runter! Ich spiele mit meinem Zug-Set, während ihr damit zu kämpfen habt! Choo-Choo, Pyjama-Placke-Geister! Tolle Farben, kleiner Schmetterling! Welche von meinen Farben gefallen dir? Diese hier oder diese hier? Das dauert alles zu lang! Was wir brauchen, ist Super-Katzentempo! Hey, der Schmetterling ist... Hab dich! Was? Das ist echt grob von dir, Catboy! Lass ihn raus! Er fühlt sich da drin nicht wohl! Aber so kriegen wir ihn am leichtesten heim! Und da sind noch mehr einzufangen! Schaut! Okay, jetzt versuchen wir, den zu helfen! Komm schon! Flieg hierher! Ja, kommt! Mögt ihr Rot oder Grün, Blau oder von allem was? Super-Katzentempo! Einer und zwei, drei! Ja! Bei meinen Katzenschnurrhaaren, ich werde gut! Was? Catboy, kannst du nicht sanft sein? Die Schmetterlinge fühlen sich erbärmlich! Ich will ihnen doch nur helfen! Also, wo ist Lunagirl mit den anderen? Hey, seht! Sind das nicht ihre Motten? Fliegt weg! Ich brauch euch nicht mehr! Komm, PJ Masks! Los geht's! Ihr mickrigen Motten habt's voll vergeilt! Ich probiere die Schmetterlinge als meine neuen Handlanger aus! Ihr werdet nirgendwo hinfliegen, meine hübschen Schmetterlinge! Nicht so schnell, Lunagirl! Die Pyjama-Helden sind gekommen, um die Schmetterlinge zurückzuholen! Oh, also gut, Motten! Das ist eure letzte Chance! Schafft die Pyjama-Flaggegeister weg! Wow! Wow! Cut-off! Deine Motten sind sehr fleißig, aber mit meinem neuen Leben kannst du mich nicht aufhalten! Natürlich kann ich das, mit meinen neuen Handlangern! Wo wollt ihr denn hin? Schnappt ihn, Schmetterlingsschutz-Trupp! Oder mein Mondmagnet hält euch für immer gefackt! Es ist ja nicht so, dass du Löwen und Tiger auf mich hetzt! Catboy rettet sie mit dem Schmetterlings-Netz! Hi-ja! Die Schuld gibt man dann den Pyjama-Flaggeistern! Das ist ja noch genialer, als ich dachte! Oh, warum stoppt das Teil? Vielleicht stimmt irgendwas mit dem Motor nicht! Mega ist nun Karlsruhe! Was war das? Mein Stimmenkasten. Pass doch auf, ihr stummen Stinker. Er wäre fast kaputt gegangen. Du kannst nicht gewinnen, Romeo. Flatternde Federn, du klingst ja wie ich. Und ich höre mich nicht nach mir an. Nein, du klingst so wie ich. Bei meinen Katzenschnurhahn. Und ich klinge wie Gekko. Das ist noch viel besser. Ihr seid so lächerlich. Ich bin hinter dir. Eigentlich bin ich hier. Nein, hier bin ich. Hört auf, hier üben. Was hier? Hier bin ich. Welche Knöpfe muss ich drücken? Ich kling wieder wie ich. Nicht wie du. Hey, was war so schlecht an seiner Stimme? Ich habe meine auch wieder. Meine Stimme ist auch zurück. Ja. Ja. Gib mir meinen Stimmenkasten wieder. Mein Stimmenkasten. Oh nein, ich verliere meine Stimme. Das war's dann wohl mit dem Stimmenstehen, Romeo. PJ Masks ruft laut Hurra. Vorbei ist's jetzt mit der Gefahr. Ich trage euch mein Gesicht vor und ach, ich dachte es würde schwer und ihr lacht und dass ihr euch über mich lustig macht. Aber dem ist nicht so und jetzt bin ich froh. Gut gemacht, Greg. Eure Stimmen. Eure Stimmen. War nur ein Witz. haha, ich war nur ein Witz. Tor! Ich hab's geschafft. Nein! Ah! Hahaha, Mondmod! Hahaha. Das schwarzen Hirn wurde eingesaugt. Hilfe! Haha, ich hab ein Fögelchen gefackt. Mondmagnetenwirbeln das Fögelchen. Schön herum. Ach, hätte ich doch nur den Ball zu Catboy geschossen. Hüpf, hüpf, kleines Vögelchen. Super Katzensprung. Was? Jetzt, Gekko. Nein, 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 nein. Ah! Das wird schon wieder werden, Eulette. Wir sind bei dir. Catboy, Gekko, tut mir so leid. Ich wollte doch nur zeigen, wie gut ich im Fußball bin. Aber das wussten wir doch schon längst, Eulette. Würdest du den Ball passen, wärst du noch besser. Richtig. Es ist ein Teamsport und ein Team sind auch wir. Höchste Zeit, ein Held zu sein. Wir müssen Eulette aus dem Mondball rausholen. Äh... Wir könnten ihn platzen lassen. Mit etwas... Na ja, großen und spitzen. Wie wär's mit dem Fahnenmast vor dem Museum? Gekko, du rollst den Ball. Catboy, du gehst voraus und führst ihn. Äh... Pyjama-Plagegeister, wo seid ihr bloß? Äh, hier lang. Ein bisschen nach links. Pass auf, da ist eine Laterne. Ha! Aha! Mondball, komm zu mir zurück. Nein! Hey, warum bleiben wir stehen? Das ist Bruno Gröfs Mondmagnet. Er ist zu stark. Oh, ich weiß was. Wir müssen als Team spielen. Gekko, setz deine Supermuskeln ein. Catboy, verwende dein Super Katzentempo. Und ich nutze den Wind meiner Eulenflügel. Ja, großartig gemacht, Pyjama-Held. Herr Wolf, diese Eidechse! Tu sie runter, ich kann nicht sehen. Ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha! Ah! 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 Motten! Schnack sie euch! Wow! Husch, husch! Catboy! Wow! Ah! Unter von mir Wolke! Wenn ich nur diesem Regen entkommen könnte! Äh... Mein Mondmagnet! Lauf, Catboy, lauf! Komm schon, Catboy! Oh ja! Catboy saust wie der Wind mit seinen Super... Oh! Es ist nass, es ist nass! Catboy, ich komm und helf dir! Mondwort! Mehr Wolken! Mehr Wolken! Ah! Ah! Oh! Ah! Super Eulenflügel! Nein, nein, nein! Wasser! So nass! Oh, warum ich? Warum Regen? Catboy, hör auf, dir Sorgen zu machen, ob du trocken bleibst! Stoppen wir Luna Girl nicht vor Sonnenaufgang, wird sie den ganzen Himmel verwolken! Es tut mir leid, ich bin total wasserschonend. Aber du hast recht, ich lass euch nicht nochmal im Stich! Dann nichts viel los! Mondkräfte! Mach diese Wolke größer und mit mehr Regen! Sie soll Catboy überall hin verfolgen! Ich seh ihn gern wie ein verschrecktes Kätzchen rumrennen! Ich schaffe das! Ich schaffe das! Oh, ich schaff's doch nicht! Nicht wegrennen, Catboy! Ich brauch dich, um Luna Girl zu stoppen! Und keine Angst! Es sind doch nur ein paar Tropfen! Mondkräfte! Verbeugt sie! Oh! Oh! Wo bist du, Luna Girl? Tu sie runter! Oh! 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 Geh dir eine Gekko aus! Oh! Yay! Wir können wiedersehen! Nein! Nein! Catboy, unternimm was! Das ist nicht fair! Na, 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 na! Ha! Zeit, die Katze aus dem Sack zu lassen. Super-Katzen-Tempo. Super-Gecko-Muskel. Hey, das ist auch nicht fair. Super-Katzen-Sprung. So gewinnt man nämlich. Meine Super-Helden-Moves waren auf jeden Fall die besten. Gar nicht wahr. Meine Moves waren viel cooler. Ich gewinne. Ich würde sagen, meine Super-Helden-Moves sind die besten. Ich gewinne. Schon wieder. Niemand kann sich mit mir messen. Ich bin Eulette, die Siegerin. Gecko? Catboy? Catboy! Oh nein, Luna-Girl hat sie. Wenn ich nicht versucht hätte, sie zu besiegen, dann wären wir jetzt noch zusammen. Hey! Höchste Zeit, ein Held zu sein. Team 1 gewinnt. Pyjama-Plagegeister, seht nur, wie schnell meine Motten meine Beute heranschaffen. Hey, Luna-Girl. Deine Motten sind gut. Aber ich wette, sie sind nicht stark genug, um das größte Spielzeug von allen zu stehlen. Den riesigen T-Rex. Was? Kinderleicht. Ich lasse sie zusammenarbeiten, um ihn mir zu bringen. Was? Nein! Ihr flassern in Früchtchen. Ihr sollt zusammenarbeiten. Bringt mir den T-Rex. Alle zusammen. Hilfe! Hilfe! Nein, ich bin zwar Sarah! Ich komme! Puh, das war knapp. Danke, Eulets. Kein Problem. Tut mir leid, dass ich vorhin gemein zu dir war, Gecko. Mir auch, Catboy. Wir haben es wohl übertrieben. Nein, ihr beiden. Es war meine Schuld. Es tut mir leid, dass ich aus allem einen Wettbewerb gemacht habe, nur weil ich immer die Siegerin sein wollte. Oh, Catboy, er mag dich. Nein. Komm her, du musst jetzt gehen. Hör auf damit, wir spielen nicht fangen. Oh! Hey, wo ist der hin? Wo bist du? Ja! Au! Au! Ja! Hab dich! Weißt du was? Ich glaube, er will nur Spaß mit dir haben. Ja. Warum sollte er denn sonst mit dir spielen wollen? Spielen? Seht euch das durcheinander an. Das ist eine Katastrophe. Das meiste hast eigentlich du angerichtet. Nein. Na los, jetzt geh schon. Catboy, er hat Angst. Du kannst ihn nicht einfach wegschicken. Das müssen wir. Ein freilaufender Ninja-Lino bedeutet, dass Nachtninja irgendwas vorhat. Wir müssen hier weg und ihn finden. Zum Eulengleiter. Suchen wir Nachtninja. Super Eulenaugen. Ich kann nichts entdecken. Was ist mit dir, Catboy? Nein. Ich kann auch nichts entdecken. Du? Hä? Er ist mitgekommen. Du hast hier nichts zu suchen. Catboy. Ich glaube echt, dass er nur unsere Hilfe will. Nein. Wenn wir sicher sein wollen, muss ich ihn hier rausschaffen. Oh oh. Es ist k-k-kalt. Ich kann mich nicht bewegen. Lass mich hier raus, Romeo. Eulett. Ich glaube, ich kann Romeo aufhalten. Schau. Jetzt nicht, Gekko. Komm zurück. Catboy, wie können wir helfen? Sorgt euch nicht um mich. Romeo haut ab. Schnell, haltet ihn auf. Da könnt ihr nicht mithalten, Haar-Pyjama-Helden. Och, wir sind zwar Superhelden, aber im Moment ist Catboy ein Super-Eisblock. Wir beide brauchen einen Plan, Gekko. Und zwar schnell. Ich hatte gerade vor, dir zu sagen, dass ich... Hey, ich weiß, was wir machen. Aber ich brauche deine Hilfe. Aber mit meinem Plan könnte ich... Okay, was soll ich tun? Wow. Einflügel. Das ist besser. Okay, ich binde das am Labor fest und du verwendest deine Superkraft, um es anzuhalten. Ja, aber... Dann übernehmen wir die Kontrolle über die Eismaschine. Los, Gekko! Warte! Wow! Ha! Du versuchst ein Genie wie mich zu überlisten, Spatzenhirn? Hä? Wow! Super-Eulen-Muskeln! Oh nein, ich hab gar keine Superkraft! Oh! Gekko! Wo bist du? Eulett steckt in Schwierigkeiten. Oh, oh! Flatternde, frostige Federn! Ha, 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 ha! Zwei kleine Eisblöcke sitzen auf Asphalt. Zwei kleinen Eisblöcken ist so bitter kalt. Ha, 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 ha! G-g-g-gekko, ich hab einen Plan! W-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w! Ich hab einen... ...b-b-b-besseren Plan! Schlitternde Schlange! Hätte ich doch nur auf meinem Plan bestanden! Das war's für heute.